Moin, ich bin Dennis und mache eine Ausbildung bei Solalux zum technischen Systemplaner. Ich habe damals den Ausbildungsberuf gewählt, eben weil mir der Betriebsübergefallen hat. Mir haben die Produkte zugesagt und fand den Gedanken toll, Teil des Teams zu sein, um diese Produkte herzustellen. Unsere Aufgaben bestehen darin, dass wir Kundenwünsche umsetzen. Der Kunde möchte beispielsweise ein Glashaus, einen Wintergarten oder eine Balkonverglasung haben. Wir erstellen dazu technische Zeichnungen. Das Schöne dabei ist, dass jeder Auftrag individuell ist. Jeder Kunde hat andere Anforderungen und andere Wünsche und dem versuchen wir dann zu entsprechen und die Anforderungen umzusetzen. Wenn wir die technischen Zeichnungen erstellt haben, schicken wir die Zeichnungen in die Produktion, damit unsere Produkte hergestellt werden können. Oder wir schicken die technischen Zeichnungen zur Baustelle mit auf Montage, damit unsere Monteure wissen, wie unsere Produkte auf der Baustelle aufgebaut werden müssen. Am meisten Spaß macht mir natürlich das technische Zeichnen, die Kundenwünsche umzusetzen und das zu visualisieren. Ich finde es auch total geil, dass wir im Büro mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Neben mir arbeiten Leute, hinter mir arbeiten Leute. Das ist immer witzig. Wir können Probleme immer direkt ansprechen, das ist dann super leicht, Probleme zu lösen, weil halt eben immer Leute da sind. Das Beste, was passiert ist, dass man hier weiter arbeiten kann nach der Ausbildung. Man kann aber natürlich auch Weiterbildung machen zum Techniker oder eben, wenn man Abitur gemacht hat, studieren.